Willkommen zum zehnten DENAS-Tag. Ich bin mal wieder enorm spät dran und hab noch eine Menge auszupacken, also fangen wir mal lieber direkt an. Ganz kurz zu SimCity, freut mich richtig, dass so viele von euch aktiv mitschauen und darum wird das auch noch eine Weile lang so weiterlaufen, jeden Tag 19 Uhr. Minecraft hab ich ja ein bisschen zurückgefahren, ich hatte ja die ganze Zeit diese langen Projekte, wie auch in den letzten DENAS-Tagen schon besprochen, die jetzt fast alle beendet sind, bis auf das Together mit Kev und deswegen hab ich nicht mehr so die festen Upload-Termine bei Minecraft, aber ich dachte mir, oder was heißt, ich dachte mir, ich werde so Hunger Games und ganzen PvP-Sachen, die werden immer mal wieder kommen, also ich sag mal so, mindestens jeden zweiten Tag wird im Durchschnitt wird Minecraft weiterhin kommen, eher sogar noch häufiger. Zusätzlich natürlich SimCity und natürlich F1 weiterhin montags und dienstags, jetzt komm ich schon selbst durcheinander, um 18 Uhr. Also ich denke, da bleibt so ein gesunder Mix und jetzt, Abi hab ich jetzt auch schon zum Teil abgeschlossen, schriftlichen Prüfungen liegen hinter mir, jetzt sag ich erstmal zwei Wochen Ferien, danach haben wir noch ein paar normale Klausuren und mündliche Prüfungen, dann bin ich irgendwann auch durch. Im Moment bin ich eigentlich also so relativ zufrieden mit dem ganzen Upload, den ich hier so auf dem Kanal habe, mit den ganzen Projekten, aber mir fehlt irgendwie noch so ein bisschen nochmal sowas wie die ganzen Minecraft PvP-Sachen, die so spontan sind, in anderen Spielen. Vielleicht mach ich so Flash-Spiele mal ab und zu irgendwas oder noch mehr Balle in der Nacht einfach mal reinhauen. Need for Speed, Miss Wanted habe ich jetzt, vielleicht da mal so eine spontane Multiplayer-Runde. Wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare, dass ich so ungefähr weiß, worauf ihr so Lust habt. Die Zeit rennt, aber ich habe jetzt hier, endlich mal, kann man das erkennen? Kann man das? Kann man das? Ja, wohl, das kann man doch wohl etwas erkennen. Ich habe jetzt Autogrammkarten mir zum ersten Mal so recht schnell gemachte Autogrammkarten schicken lassen und die werden natürlich noch unterschrieben. Und dann bekommen die hier, die ihr verordert, da hinten, da liegen schon ein paar Umschläge, wo ich das alles zurücksenden muss. Ich werde das jetzt heute oder morgen, wenn ich das alles mal zum Briefkasten bringe und dann die Leute, die also schon lange da auf ihre Unterschriften warten, bekommen das demnächst zurück. Na und dann mal schauen, ob hier noch so weitere Autogrammkarten-Wünsche irgendwie so vorhanden sind. Ich frage mich, ich frage mich, wer die Post überredet hat, einen Brief an eine Paketstation zu senden, denn das geht eigentlich gar nicht. Na, schauen wir mal. Ja, Frank hier der Rückumschlag. Und ja, da sollen gleich drei Autogrammkarten rein. Ja, super. What the fuck? Geld. Ja, danke für das Bild, Marco aus Abtenau in Österreich. Hier ein Gruß hiermit ausgerichtet, wie gewünscht. Allerdings hier eine Anmerkung, ja. Schickst du mir bitte ein Autogramm, schreibst du hier drauf. Also leider muss ich dich da ein bisschen enttäuschen, denn, wie ich gesagt habe, ihr braucht einen frankierten Rückumschlag, ja. Das heißt, ihr packt einen Umschlag, wie das hier auch schon so einige euch hinbekommen haben, direkt hier rein und macht da bereits eine Marke drauf und eure Adresse schreibt ihr drauf. Okay? Weil anders kann ich euch da schlecht irgendwie was zusenden. Weißt du, ich habe da einfach nicht die Zeit dafür, wenn mir jeder hier ein Euro sendet und ich dann mir selber einen Briefumschlag besorgen soll und österreichisches Porto mal da in der Postfiale irgendwo mir holen soll. So, dafür habe ich keine Zeit. Also, wenn ihr so eine unterschriebene Autogrammkarte haben wollt, dann macht es wie der Niklas aus Hagen und hier frankierten Rückumschlag. Einfach in euren Brief, in euer Paket reinlegen und dann kommt das auch alles wieder zurück zu euch. Arbeiten wir uns mal weiter vor. Und alles hier mit Tesafilm zugeklickt, kriege ich damit auch. So. Oha, oha, oha. Weitere Bilder, weitere Bilder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr schön. Ich muss mir mal so eine Wand zulegen, wo ich das alles so aufhängen kann. So eine Pinwand, muss ich mal, muss ich mal machen. Auch hier wieder frankierter Rückumschlag. Vorbildlich. Okay, was ist hier drin? Was ist hier drin? Jetzt bin ich gespannt. Wow, warum, Marty, sendest du mir Draht? Das musst du mir mal schreiben. So, weiter geht's mit Hendrik aus Toschstedt. Hey Felix, um das mal klarzustellen, du hast so vieles Zweck, dass du sogar YOLO haben kannst. Ich hoffe, dass du es nicht zu unpersönlich findest, wenn ich den Brief für den Computer geschrieben habe. Oh. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du mir ein Autogramm auf das Case für meinen iPod geben würdest. What the fuck? So, jetzt sagen wir das hier aber nicht versauen. Oh Gott, oh Gott. Da hast du es. Jetzt wird es zurückgeschickt. Außerdem hat er hier noch ein paar Fragen, die ihn interessieren. Raust du? Nein. Aber ich weiß nicht, warum ich das gefragt werde. Findest du es besser, wenn ich deine Fans mit Dena oder mit Felix ansprechen? Ich finde, naja, jetzt hast du mich hier mit Felix angesprochen. Das kann ich nicht sagen, dass ich mit Dena es besser finde. Aber ich finde es eigentlich besser mit Dena. Weil Felix ist so, dass Persönliche, so kann ich meine Leute, ja jeder, der mich irgendwie persönlich kennt und nicht über YouTube kennt, da bin ich dann Felix. Aber halt Leute, die mich über YouTube kennt oder nur über YouTube, da finde ich dann eigentlich irgendwie Dena besser. Muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist kein Problem, wenn du dir mal, hey Felix schreibst, ne, also fühle ich mich nicht gleich angegriffen. Wie groß bist du groß? Also, äh, größer als du. 1,189 oder ungefähr, ich weiß nicht. Kannst du mal ein Let's Play Together mit deinem Bruder machen? Ich habe ja schon mal Amnesia so ein bisschen aufgenommen, aber mein Bruder ist jetzt im Moment ein Jahr in den USA. Schönen Gruß an dieser Stelle, ich weiß, dass du das hier schaust. Wenn er im Sommer mal wieder da ist, dann können wir das eigentlich mal machen. Ja. So, hier, ähm, das ist ein großes Paket. Von der, jetzt sag ich hier nicht falsch, hier, weil Amina, ist das richtig Amina oder Amina? Ich habe den Namen auf jeden Fall im Kopf von, äh, von Facebook-Kommentaren und so weiter. Ähm, aber jetzt bin ich mir echt jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, aber, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. So, jetzt erstmal hier auch machen. Eine ganze große Riesenpackung Jelly Beans, oh Gott. Wer Jelly Beans nicht kennt, das sind hier so schöne, na, sieht man das? Ja, Bohnen mit tausenden verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich nehme jetzt hier erstmal schwarz und habe Angst, dass irgendwas ist, weil ich nicht mag. Ah, hier steht es auch, okay. Jetzt habe ich hier einen Lakritz, Lakritz. Und die sind intensiv, intensiv, sag ich euch. Grün. Okay, Braten. Limone. Und hier bitte nochmal Zitrone, ja. Doch, kommt, nee. Pina Colada, ganz klar. Vielen lieben Dank dafür hier, dass wir eine Weile halten. Einen kleinen Feigling, ja, warum nicht? Und Kaugummi, was ist denn das hier für eine Mischung? Darauf komme ich jetzt ja gar nicht klar. Eine bunte Mischung auf jeden Fall, was hier so alles drin ist. Wenn ihr mir auch was schicken wollt, dann ist der Link dazu direkt ganz oben in der Beschreibung. Da ist dann alles erklärt, wie das so funktioniert und so weiter. Und dann könnt ihr mir auch was schicken. Oh shit. Und ich bin natürlich mal wieder so spät dran, dass der Dänastakt nicht vor 21 Uhr kommt. Oder ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht schaffe ich es sogar noch. Aber trotzdem, weil YOLO-Swag und so und ich habe ja doch noch Zeit und eh, alles egal. Kommen wir nochmal hier zu den paar Kommentaren, die hier geschrieben wurden, zu der letzten Ausgabe von Dänastakt, zur Folge Nummer 9. Das wurde ja bestimmt von, von, von allem Möglichen. Viel Glück beim Abi von Concroucher, von allem Möglichen. Aber auch ein paar Kommentare zu meinen Augenringer. Das war echt schlimm, letzte Folge, ne. Aber ich glaube, jetzt sehe ich das richtig hier. Ich weiß nicht. Da, also ist immer noch da. Das ist ganz wechselnd in die Nieder, aber ich glaube, schon ein bisschen besser. Also man, man glaubt es kaum, ne. Aber es kostet ein verdammt viel Zeit, Let's Plays zu produzieren. Und dann zieht sie das immer nachts hin und jetzt mal da schneidet man noch fertig, damit das dann am nächsten Tag alles fertig werden kann. Dann muss man wieder um 6 Uhr aufstehen zur Schule und so weiter. Das ist alles nicht gut für die Augenringe. Jetzt ist mein Bildschirm ausgegangen. So lange nehme ich schon auf. Das muss aber eine halbe Stunde jetzt gleich sein. Oh, halleluja. Dann machen wir an dieser Stelle auf jeden Fall mal tschüss. Äh, tschüss, machen wir tschüss. Nein, wir machen Schluss. Und ich sage tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.